Doch seid blind wäre, vergesst, was ich gesagt und lasst mich. Ihr wisst nicht, wie viel fester ich mich nun an euch drängen werde. Kommt, kommt, wir müssen, müssen Freunde sein. Verachtet mein Volk, so viel ihr wollt. Wir haben beide uns unser Volk nicht auserlesen. Sind wir unser Volk? Was heißt denn Volk? Ist Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Ach, wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte, dem es genügt, ein Mensch zu heißen. Wie wird sich meine Becher freuen? Und was für eine heitere Ferne schließt sich meinen Blick in den Augen? Kennen Sie nur erst. Nacho? 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 Verzeiht ihr, Clarissa, damit ich euch nicht unterbrechen werde. Nacho? Der Sultan hat geschieht. Der Sultan will euch sprechen. Der Sultan. Oh Gott! Der Sultan! Er wird mir gierig sein, zu sehen, was ich bei euch mitgebracht habe. So klickt ihr noch nicht. Ich meine von Personen. Nein, nicht sehen, euch sprechen. Euch in Person und bald, sobald sie ihr können. Oh Gott! Der Sultan! Oh Gott! Das Leben, das ich lehnte, ist sein Geschenk. Ob das er mir ein doppelt, dreifach Leben schenkte. Dies, dies hat alles zwischen uns verändert, hat mit eins ein Watt genug geworden, das mich seinem Dienst noch ewig bindet. Kaum und kaum kann ich jetzt erwarten, was er mir zuerst bewegen wird. Ich bin bereit zu allem. Ich bin bereit, ihm zu gestehen, dass ich es eurer Wegen bin. Wer weiß, ob er sich meiner gar erinnert. Und dennoch muss er einmal wenigstens noch sich meiner erinnern, um mein Schicksal ganz zu entscheiden. Nicht genug, dass ich auf sein Geheiß noch bin, mit seinem Bild noch lebt. Ich muss ihm auch so wieder warten, nach dem Bild nicht zu lieben habe. Denn, wenn aber sehen wir euch bei uns, so weit ihr wollt, so weit und euer Name, muss ich bitte... Mein Name war, 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 ist, ist Kurt von Stauffen. Kurt von Stauffen. Stauffen, Stauffen. Euer Blick. Der Blick des Forschers fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ich furchte ihn, Nathan. Lass die Zeit allmählich und nicht die Neugier unserer Kundschaft machen. Der Blick des Forschers fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte.